Hallo, mein Name ist Daniel Jung. Normalerweise kennt man mich von YouTube. Dort erkläre ich ganz schlicht und einfach an der weißen Tafel die Welt der Mathematik. Mit knapp 100 Millionen Views habe ich jetzt schon sehr viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Studentinnen und Studenten durch ihre Prüfungen gebracht, den Mathe-Schmerz gelöst. Mittlerweile erkennen sehr viele auch aus dem Erwachsenenbereich die Wichtigkeit der Mathematik als Grundlage für das Verständnis, was gerade die Digitalisierung für Auswirkungen hat, nicht nur auf das Lernen, sondern auch auf das Arbeiten. Und in diesem Wandel der Zeit erzähle ich auch Vorträgen auch immer, worum man sich kümmern sollte. Am 14.09. bin ich beim Tag der offenen Tür beim BFI in Wien. Ich bin den ganzen Tag da, von 14 bis 20 Uhr. Freue ich mich, möglichst viele Gespräche auch vor Ort zu führen. Worum sollte man sich kümmern im Zeitalter der Digitalisierung? Was ist wichtig? Warum sollte man jetzt handeln und Dinge angehen, von denen die meisten vielleicht noch gar nichts gehört haben? 14.09. live vor Ort, nicht nur digital über YouTube, sondern zum Anfassen. Ich freue mich.